Die hauptsächlich auf Fremdquellen gestützte Untersuchung der Geschlechterrolle von Frau und Mann sowie die umfangreiche, unabhängige Auseinandersetzung mit ihr über verschiedene zeitliche Geschichteepachen, identifizierbare Kulturkreise und bekannte Religionsgemeinschaften hinweg unter verstärktem Einbezug der gemeinsamen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben der zwei- sowie der gleichgeschlechtlichen, der geschlechtsneutralen wie auch der geschlechtslosen Paarbindung und des geistigen und körperlichen Austauschs unter dem Gesichtspunkt der medienwirksamen, unterhaltsamen und für alle Personengruppen verständlichen und interessanten Aufbereitung von Carsten Todt im Rahmen des Medienformates Hottentot beim Radiosender Radio OKJ Jena plus YouTube K Thereof K Thereof K Thereof K Thereof K Thereof